Boah alter. Was war das denn ey? Boah. Bei jemanden hat die Nuggesung gesungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen AWS Go. Heute spielen wir... ...Golf It! Hey Leute! Pfeffer und Schnee und Curry hat eine wunderschöne Map drauf. Erik, warum freust du dich denn nicht? Weil der Curry schon wieder geübt hat im Stream. Ja, aber die Maps sind alle neu. Die habe ich noch nie gespielt. Diese Map kenne ich noch nicht, so wahr ich Bürgermeister von Kleve bin. Wisst ihr, es ist mir scheißegal, ob ich gewinne. Mach doch einfach. Ob der Bürgermeister von Kleve den Curry kennt? Es ist mir scheißegal, ob ich gewinne. Ja, hole in one. Guck mal, hier, guck der Curry wieder. Hole in one. Ach komm, leck mich doch. Alter, Tobi, was soll denn die Scheiße schon wieder? Was ist das denn? Ach komm, leck mich doch. Ich dachte, wir arbeiten jetzt zusammen. Oh, der wird dir gar nicht schlecht. Hä? Was ist das denn für eine Kack-Map? Hey, dann such du doch so einen aus, du Arschbunen, Alter. Ach, leck mich doch im Arsch. Nein, 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 nein. Guck mal, der Curry ist schon wieder vorne. Der Curry ist schon wieder vorne. Der Curry ist schon wieder vorne. Boah, wie er mich anschreit, krass, Alter. Ich habe Kopfschmerzen. Mega Aggression jetzt. Ach komm, Mann. Sag ich doch, der Curry, ich sage. Alter, das ist die erste, erste Strecke und die rachst du schon wieder aus. Ja, was ist das doch nicht wahr? Guck mal, wie süß die Mapp ist. Das ist einfach ein Riesenhaus. Das ist voll geil. Deine Mutter ist ein Riesenhaus. Boah, das geht petzen. Ich kenne sie nicht, aber ich geht's petzen. Alter, Tobi, nice. Ja, klar, ey. Oh, jetzt aber. Curry, was ist los? Nein. Nein. Pat, wir haben übrigens 25 Schläger, also du hast Zeit. Und drei Minuten. Ne, zwei Minuten 30. Du könntest auch... Ist ein bisschen sadistisch heute wieder. Ist nicht so, ne? Du darfst hier gegen mich was sagen, aber ich darf gar nichts sagen. Ja, ich kriege einen Krampf im Oberschenkel. Hä? Der Tobi muss dich mal waschen. Hä? Hä? Der sitzt und kriegt einen Krampf im Oberschenkel. Ich wollte mich gerade kratzen, aber es hat nicht geklappt. Und jetzt... Hä? Was hat das mit waschen zu tun? Wolltest du dein Bein hinter den Hals klappen? Oder was? Ja, der kratzt dich mal wieder runter. Mit der Hoh. Ich bin dann fertig. Ja, Pan, kein Stress. Boah, super Schlag, war doch nice. Da ist es gut. Es ist geil, wie der Pümpel da oben auf deinem Golfball klebt und der sich einfach nicht mitdreht. Das finde ich toll. Ja, schön. Ist voll süß. Ist voll geil, Pan. Mir ist voll gefallen, der Pümpel. Tschüss. Ihr seid auch süß. Mann, wer stand da schnell? Hey, Tobi auch rein, Alter. War echt toll. War echt gut geschlafen, Tobi. Geschlafen. Haben wir eine Kuljum. Hä? Ich habe auch nicht wieder einen normalen Ball. Das weiß ich auch nicht, Erik. Da kann ich jetzt leider auch nicht helfen, ne? Ich fahre nicht so aggressiv, bitte, ja? Oh mein Gott. Leute, wir müssen in die Tür rein. Wir müssen anklopfen. Seht ihr das? Das ist eine Tür. Wir sind gerade die Würmeranke raufgeglittert. Hey, geil. Oh, das ist doch... Nein. Wie der Curry wieder geübt hat, guck dir das mal an. Ich habe angeklopft. Bis ich die weghauen kann, ohne Witz. Entschuldigung. Ich warte, bis du hierhin rollst und dann haue ich dich sofort von weg, Erik. Warum hat der Erik denn einfach einen weißen Ball? Was ist denn da los? Ich weiß nicht, warum ich einen weißen Ball habe. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Erik hat einfach keinen Bock mehr auf uns gehabt. Oder auf den Ball. Komm, Erik. Ich komme noch nicht mehr nach oben. Ich komme noch nicht mehr nach oben. Du musst doch einfach nur hier auf die Plattform. Die kommst du hier hoch. Ich komme noch nicht von hier unten. Guck mal. Hey, du... Ich bin jetzt in die Tür rein, wie Curry gesagt hat. Da war nichts. Hey, du musst auch nicht in die Tür rein. Ich bin natürlich nicht in die Tür rein. Ich habe einmal nur zu fest geschlagen. Achso. Da kommt kein Ei ein. Alter, ich habe einfach diese Kraft. Ich beherrsche die nicht. Ja, das war... Alter, leck mich am Arsch. Ich komme von hier unten nicht mehr weg. Doch, das geht. Also, ich habe es auch geschafft. Ganz sanft eben. Du musst ja gar nicht so schräg schlagen. Ich muss tierlich sein. Ich habe einfach... Ja. Nein. Ganz tierlich, Hase. Jawohl. Ja. Der Curry war nur darauf, dass er mich runterkloppen kann. Ich weiß es. Nee, ich mache es genau. Ja, genau das machst du, Curry. Ey, du wirst es so voll ausrasten. Curry, du hast es aber angekündigt. Ja, ja. Hase, ganz in Ruhe. Ich kann mich darüber gar nicht erinnern, daran. Ja, natürlich, Curry. Du hast doch gesagt, ich bleibe jetzt hier stehen, wirst du kommt, damit ich dich runterschmeißen kann. Ja. Ja. Ich weiß alles. Okay, Curry, ciao. Curry, tut mir leid. Es tut mir leid, Curry. Oh, Mann, Alter. Ich habe dir den Spaß schon gerne gegönnt. Guck mal, wie ihr hier einfach viel lauter ist weg. Hey, was denn? Was ist denn? Ich leide noch ein paar Diener. Ey, Pan. Ist das dein Ernst, Pan? Ist das dein Ernst, Pan? Curry. Was ist das denn? Scheiße. Ja, guck mal, ich bin nach draußen gefallen. Würde ich das denn machen, wenn ich die Map kennen würde? Ja. Ja, genau. Okay, Entschuldigung. Hä? Das ist aber falsch. Wir können ja gar nicht springen. Hä, wie sollen wir denn da rüber? Wie sollen wir denn? Hä, wie seid ihr da hingekommen? Wir haben geübt im Stream, Curry. Kennst du doch. Sag doch mal. Alter, ich spiele halt nur mit der Community meistens manchmal. Ey, mein Gott. Meistens manchmal. Hä, wie seid denn ihr da hingekommen? Jetzt mal ohne Witz. Ja, durch ein Loch. Da hinten das dritte Loch. Das dritte, ja. Ihr kennt also die Map. Aha. Ja, was willst du? Siehste? So. Oh, jawohl. Ja, siehste. Siehste. Und jetzt rein damit. Curry, ganz viel Wasser. Ich will ihm auch noch Kips geben. Hä? Hä? Was? Hä? Hä? Was? Hey, Tobi. Hey, Tobi. Okay. Da glüht der Curry. Richtig. Warum? Warte, Curry. Warum? Hä? Man darf dem Golfball nicht wehtun. Wie soll man denn keine Springen? Oh nein. Was? 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 Parn high five. Boah. Alter. Ja, aber ich kenn ja die Map, weißt du, wenn ich das jetzt gemacht hätte, wär ich schon wieder Ende gewesen, Alter. Toll. Guck mal, wie der Curry die Map kennt. Guck mal. Ach, fick dich doch, Alter. Beim nächsten Mal suchst du die Map aus, und dann spiel ich halt auch gar nicht mehr mit. Ich guck einfach nur zu. Ja, natürlich spielst du nicht mit, weil... Hä, was ist das denn? Oh fuck. Ah! Was geht? Hä? Was ist nie los? Was passiert mit mir gerade? Ich flieg durchs ganze Wohnzimmer. Oh. Huch! Ähm. Nein! Das war so knapp. Oh scheiße. Stopp. Hi. Ja. Hey, Parn, was geht ab? Hallo. Was geht, Leute? Was geht? Oh Mann, wieso geht das denn nicht? Irgendwas machst du denn? Ich will einen Quickshot machen. Das geht einfach nicht. Hui. So. Hä? Hi, Parn. Oh, danke. Hey, Parn. Hey, Parn. Hey, Parn. Hey, Parn. Hey, Tobi, warte mal. Moin. Ja, geil. Nice. Was wollen wir denn hier hin? Da, ins Loch, Parn. Ey, Parn, du hast das echt klasse gemacht. Puh. Puh. Nein. Nein. Alter, Tobi. Hä? Du bist so ein Wichs-Gemüse. Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht. Hä, Tobi? Curry, warst du das? Ich war doch schon im Loch. Da war es Tobi. Da war es Tobi. Ich hab doch gar nichts gemacht. Du hast mich gerade voll weggeführt. Ich bin schon im Loch. Ich war doch, ich war außerhalb von der Karte. Wie soll ich dich denn wegschubsen? Das war nicht. Ich glaube auch nicht, dass du das war. Die Parn hat mir doch gerade zugekommen. Die Parn hat mir doch gerade zugekommen. Curry, das warst du. Ich hab gerade gesehen, wie du jetzt erst finished hast. Das war ich jetzt. Entschuldigung. Alter. Hä, Tobi hat sich schon wieder abgeschossen. Voll abgeschossen. Voll abgeschossen. Hä, warum? Was ist denn los? Warum wird immer die Schuld... Tobi, mach das nicht noch wieder. Mach das noch mal, Tobi. Ne, ich warte jetzt, bis der Erik geschlagen hat. So wie man das macht, Curry. Genau, Alter. Du bist der nächste, Tobi. Ich hol mich dir ja auch jetzt. Ich... Boah, ich werd hier Video beweisen. Ich werd genau gucken in Zeitung, wer das war. Ja. Dann fahr ich zu dir hin und häute deinen Hoden. Echt? Du fährst zu mir hin? Ihhh. Was ist denn Ihhh? Ich häute meinen Hoden. Das ist ja voll süß. Rot in one wird das dann. Hä, wo muss ich überhaupt hin? Hä? Hä? Oh, das ist falsch. Ne, warte mal. Das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch. Oh mein Gott. Wie gehen denn dann, ne? So hier? Und dann nach vorne? Warte, das für eine Kackmap? Ach, WTF. Ey, was ist denn mit dir? Wie soll das gehen? Toll. Guck, wie ich hier mal runterrolle. Ah, ne. Na, 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 na. Warte mal. Ja, moin Pan. Ah, ey, was geht? Kumpel, hier. Das war falsch. Das war falsch. Ey, da heißt. Klappen. Nein. So. Nein. Warte mal. Der Curry macht ja wieder Trickshots. Ich seh's doch wieder. Hä, was denn? Ja. Ich würd's auch machen. Ich würd's auch machen. Ich sag nur Trickshots. Ist doch ne gute Sache, Curry. Der Curry kommt wieder. Jetzt nicht schon wieder. Warum reg's nicht so auf, wenn jemand ein Kompliment macht, hä? Hast du was zu verbergen? So. Tobi ist doch erst. Super Curry, super. Ja, aber das ist jetzt nicht schlimm, wenn Tobi auf dem ersten ist oder was? Was war das? Oh. Hä? Hä? Oh. Ähm. Jetzt bin ich aber grad verwirrt. Warte mal. Toll. Wohin jetzt? Pan, ey, warte mal kurz. Warte mal kurz. Pan. Ja? Kannst du mal bitte sagen, welche Richtung wir hier müssen? Wir können... Ey! Hey Tobi, nice. Au. Nein! Och Mann! Wir müssen da in den Loop entlang, da musst du da hin. Oh, Tobi nice. Ach Scheiße. Ja, Tobi nice. Uh, das ist aber schwierig. Egal. Ja, natürlich ist das schwierig. Ich nenne dich nur noch Tobi niceor. Ne, warte, warte. Ist das dann ernst? Hä? Warte denn? Soll ich mich hier Tobi nennen oder? Jawohl, Baby. Tobi niceor? Nein! Na, Mann! Wie kann ich immer Spieler wechseln? Ach ja. Gar nicht. Ey Curry, nice. Cool gemacht. Hä? 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 Alter, was war das denn? Was war das denn? Hä? Wo ist Pan denn grade? Hä? BTF? Pano, du hast alles richtig gemacht. Lass dich nicht beirren von den Bekloppen da. Superpan, superpan. Aber es gibt immer mehrere Löcher oder was? Ja, es gibt immer mehrere Löcher, Tobi. Warum fragst du denn überhaupt, Tobi? Ey, warum lacht ihr denn jetzt? Was ist denn los mit euch? Weil wir fünf sind, Mann. Was? Hä? 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 Fünf Löcher oder was? Wie, fünf? Hinten fällt? Ich keine Ahnung. Huch? Äh, wo kommt man denn an? Achso. Da hinten, Tobi. Nein! Wieso bin ich denn durchgekommen? Durchgekommen. Warum bin ich da nicht durchgekommen? Das ist, was ich sagen wollte. Guten Tag. Nein! 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 Wer hat mich da wieder angeschubst? Tobi! Das war diesmal Tobi. Ey, das war Tobi schon wieder, meine ich. Autsch. Das war jetzt diesmal, ja? Siehste Curry, siehste? Aha, Curry. Nee! Sag, tschüss zu deinen Hoden, Curry. Jetzt lass doch mal die Hoden hier in Ruhe. Hä? Geh nicht an fremde Hoden. Oh, hä? Hm. Ich versteh's nicht. Ach, das ist Eis. Nach oben fahren. So fahren. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hi Tobi. Hallo. Was ist das denn? Oh Gott. Oh mein Gott. Was ist das für eine Strecke? Hi! Wer hat diese Map ausgesucht, sag mal. Guten Tag. Geil. Hey, Pan. Ja, jawohl. Hey, Pan. Hi, Erik. Guten Tag. Geil. Du bist ja richtig weit gekommen. Tschüss. Hey, Tobi. Willst du mich verarschen? Ich bin wieder unten dran gekommen. Oh, ich hasse alles. Tschüss. Oh nein. Tschüss. Oh, jetzt bin ich raus. Curry, ist das dein scheiß Ernst? Was denn? Ich will das doch mal bei jemand anderem sehen. Das ist so lustig. Hey, ist doch gar nichts passiert. Was ist denn das Problem? Ich musste wieder unten anfangen. Na, hey. Ich hab doch nicht. Ich hab doch gesehen. Natürlich. Hat der Curry dich auch runtergeschmissen? Ja. Mit Absicht sogar. Pass auf, Tobi. Tobi. Einer hält fest, der andere verprügelt. Wir wechseln uns aber ab. Okay, find ich gut. Gut. Ey, ihr seid solche Assis, ne? Ach, wir sind die Assis. Ach so. Ich habe nichts getan. Ich hab mir nichts vorzuwerfen. Ich hab ne reine Haut, ja? So wirst du später vor dem Himmelstor stehen und Gott lacht dich aus und gibt ja voll die Bit-Snaps, Alter. Hey, voll nicht. Oh, danke. Hey, hier, guck mal. Bitte, Tobi. Weißt du? Ich helf einem Freund. Moin. Hey. Ich hab's geschafft. Cool. Das freut mich. Ach, Erik hat's auch. Oh, schade. Nein, was ist das denn jetzt schon wieder? Ey, Tobi. B. Ach, ne. Nein. Das gibt's doch nicht. Oh, was ist das für ein Abfall? B. B. Oh, 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 oh. Wo geh ich denn hin? Da oben ist... Hey, Pan. Du führst das voll verdient. Moin. Oh, okay. Du bist ja lieb. Ach, leck mich doch. Und? Mit Gefühl. Hi, Pan. Was geht ab? Das war zu viel Gefühl. Guten Tag. Oh, scheiße. Hey, Pan. Hi, Pan. Nein. Ich weiß nicht, wo lang. Huch. Ey, Pan, warte mal, warte mal kurz, Pan. Warte mal, ey, stopp. Oh, nice. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier so rum müssen, oder? Ja, ja, doch. Mann, das ist doch eine Drecksmap, Alter. Hey, Pan. Alter, ich wär da... Tobi, mach einfach mit ein bisschen mehr Gefühl, okay? Das ist ja versteckt. Oh, Gott. Ah. Oh, geil. Oh, geil. Cool. Ja, doch nicht mehr so scheiße die Strecke, ne? Erst da. Ich hab ne Abkürzung gefunden. Geil. Ja, Curry, kommst du auch mal? Äh. Wo ist der Tobi da? Hab noch nicht geübt. So. Ach, Drecksmap. Tobi, du schaffst das auch noch, keine Sorge. Ne, schaff ich nicht. Ach, komm. Mach's jetzt so. Mit Gefühl, Tobi. Jawoll, geil. Ach, fick dich doch. Versuch mal nicht auf die Schräge zu gehen, sondern da, wo dieser Weg ist. Da hinten auf dieser Weg. Eben. Da kannst du besser landen. Tobi, du musst auf jeden Fall mit den Spielelementen interagieren. Du bist noch Zweiter, das ist gut. Äh, was war das denn? Hä? Also hier? Okay. Was? Was war denn? Wenn du hier über das Ding da oben springst, das komische Steinding, da ist da hinten noch der grüne Weg, ne? Da kannst du besser landen, als wenn du jetzt hier von quer nach... Ah. Nicht auf dem Steinding, ein bisschen mehr Pfeffer. Oh. 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 Tobi hat halt keinen Bob mehr, weißt du. Der nimmt das halt nicht ernst. Scheiße. Finde ich schade. Ähm. Aufgelandet. Dann komm ich jetzt hier weg. Tobi kannst du uns mal kurz anschubsen, vielleicht? Nein. Das wär echt lieb. Guten Tag, hallo. Oh, das war doof. Springen können wir ja hier nicht mehr. Das ist jetzt auch nicht so gut. Hm, danke. Cool. Hä, wieso bin ich jetzt wieder hier? Ich war das. Oh nein. Ja, wieso stand ich da wieder am Anfang? Tschüss. Tschüss, Pan. Hey, wo muss ich denn jetzt hin? Hä? Wo muss ich denn jetzt hier hin? Oh. Warte mal, was denn der sieht jetzt gerade? Ah. Hey, Pan. Hey, Pan. Warum hab ich diese Verstärkung? Warum hab ich diese Verstärkung? Was war das? Ey, yo. Was geht ab? Ich schlag nicht. Oh, Alter. Du dreckiger. Nein, ich bin wieder zurück. Echt? Oh, geil. Geil, Curry. Alter, du. Ohne Witz. Was ist los? Guck mal, wie er hier schnell abkommt. Ja. Ey, Curry, ey. Nein, was? Warum bist du nicht weggeflogen? Wollte mal gucken. Was machst du da nicht da lang? Geil. Voll normal. Hä? Darf ich? Ich darf nicht. Setz mich doch zurück. Ja, Erik. Alter, die ganze Zeit geht verloren. Hallo, Golfball. Ja, nein. Golfball, Golfball. Alter, first try. Jetzt kommt der Curry. Was macht der? Ja. Aha. Was ist da? Nice, Curry. Nice, Curry. Hey, Leute, was geht ab? Wo ist der Tobi? Locker. Konnichiwa. Tobi spielt echt schlecht. Oh, was? Ja. Hä? Hä? Ups. Hä, wie soll ich nicht geschlagen? Oh. Wow. Das ist aber nicht der Sinne. Das ist gar nicht das Loch. Das ist gar nicht das richtige noch. Oh. Oh, will ich? Hä? 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 Oh, Erik, ey. Na toll. Curry bist du schon drin? Ne, ne? Wow, was? Nein! Fuck you! Sag mal! Mh. Nein! Fuck you! Ah, ja. Nein! Oh, Mann. Das gibt's doch nicht. Nein! Fuck you! Mach ich! Das gibt's doch nicht! Nein! Hey, Tobi, wo bist du? Scheiße! Was? Tobi? Ja? Wo bist du? Ich bin auch hier noch am Anfang. Achso. Das gibt's doch nicht, Alter. Nein! Ach, das gibt's doch nicht, Alter. Das ist doch scheiße. Was ist das falsche Loch? Also. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Och, Mann. Ich finde das jetzt überhaupt nicht lustig, was hier gesagt wird. Stopp, 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 stopp. Fuck, stopp. Nein. Hey, Pan? Das ist doch... Schön war im Hintergrund. Ja. Okay, ich probier's mal in das Loch rein. Ah, shit! Probier das dahinten, bis mir scheiße. Das gibt's doch nicht. Warum kann man nämlich springen? Weil das ist rausgefallen und ausgemacht. Wir hätten das ausgemacht eigentlich. Oh! Ja! Ja! Oh Gott, 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 oh Gott. Nein! Nein! Ja, ey! Willst du mich verarschen? Fuck, Alter, das gibt's doch nicht. Ach, Alter! Das ist so knapp! Nein! Alles zu viele. Moin! Fuck! Das ist das falsche Loch, da wart ihr gerade, Leute. Ja, egal. Ja, das ist nicht egal. Doch, man kann da rein. Ja, ja, aber du gewinnst nicht. Doch, wenn du da reinfällst, dann schon. Das ist vom falschen Kurs. Der ist aber egal. Nein, das ist nicht egal. Wenn Curry das sagt, hat er gewinnt. Ja, Schläge sind wieder weg. Ach, komm, Alter. Ja, toll. Toll, Tobi, toll. Echt gute Leistung. Hä, und jetzt? Ach so. Hä, Erik? Na, Alter, aber da. Ja, du musst da durch, Erik. Aber. Mach. Okay, aber wodurch? Einfach langsam durchrollen. Wodurch? Da. Hä? Hä? Okay. Du musst da durch. Hey, Pan, stupst mich mal kurz, bitte. Hä? Doch nicht so. Scheiße. Die dreckige Lache reich wieder. Warte mal, ich muss da auch mal rein jetzt hier. Nee, ich kann jetzt aber nicht. Ja, dann schlupst du dich doch erst normal. Ah, Mann, dann geh doch mal. Einfach sucht den Arschloch. Ich sucht mich doch mal. Hey. Ah. Was zum Teufel ist das denn hier? Geh weg. Nein. Ach, du Blödmann. Du alte Schweinesau, ey. Hey, boah. Oh Mann, Curry. Hey, willst du mich verarschen? Sagst du mal, dass du es gemacht hast? Mann. Wo ist Tobi eigentlich spielt überhaupt mit? Na klar, ich will probieren. Was? Recht? Ja. Recht? Ja. Oh Gott. Hilfe. Hui. Das wird dich schon drin. Nein. Hui. Du hast voll geübt. Tobi, du bist die Hoffnung. Warte mal, wo muss man denn hier rein? Was ist das? Oh Gott. Ganz links. Warte mal. In die Mitte. Ich warte jetzt einfach. Nein, das ist wieder falsch. Ach, fuck you, ey. Das gibt's. Oh, was ist los? Los geht's. Scheiße, ist nicht so gut. Oh, 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 oh. Das ist nicht so gut. Ey, was passiert jetzt mit mir? Ach, komm, Alter. Ja. Ja, doch. Oh, nice. Oh, yes, baby. Alles klar, dann schau ich mal mal einen Curry rein. Tschüss. Ja, nice. Cool. Ja, nice. Cool, Alter. Cool. Cool, nice. Hey, was ist los? Was müssen wir jetzt machen? Hey, ich hab die nicht nachgemacht. Och, leck mich doch. Ciao. Hilfe. Oh, Alter, was ist das denn? Leben am Limit, Alter. Oh, voll, voll. Nein. Boah, ich wollte dich gerade so runterkrachen lassen. Mich, ne? Nee, nee. Dich nicht? Nee, auch nicht. Ach, das ist so gemein. Den anderen da. Oh, geil, Tobi. Geiler Schlag, Alter. Schlag. Hä? Yo, Curry-Alarm. Schlauer. Fahne, ey. Ja, was war das denn? Oh, Entschuldigung. Geil, danke, Tobi. Nice. Du bist ein radiges Wort, es tut mir leid. Ich hab's nicht gesehen. Oh, jawohl, nice. Und drei, zwei, eins. Zapperlott. Ach, scheiße. Wieso komm ich da nicht? Hä, ich war doch schon... Was ist denn jetzt? Oh, lol. Wo muss man denn dann hin? Da oben. Ja, da hinten, Tobi. Oh, Gott. Hey, Kevin, du rissen. Hey, was ist das? Ganz blöde Sache, Tobi. Ganz blöde Sache. Tobi, ha, ha. Komm, schlag mich mal hier rein. Komm, Tobi. Das dauert fünf Jahre. Danke, Tobi, dass du raus bist. Hast du gewonnen? Hä? Hä? Der Curry, der geübt hat? Hey, du hast mich reingeschlagen, Tobi. Außerdem bin ich letzter. Also, was willst du eigentlich von mir? Ich möchte dich... Komm doch nicht durch. Komm doch, hier rumzuholen, Tobi. Komm, 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 komm. Du bist ein Arschlochsohn. Du bist ein Arschlochsohn, bist du. Das ist jetzt wirklich heftig, Kevin. Du musst da ganz hart gegenschlagen. Finde ich jetzt nicht gut. Ich fall da immer durch so ein Dach durch. Wo muss ich denn da hin? Wo bist du denn? Warte mal. Du musst auf die Rampe und dann musst du da... Du musst die Rampe komplett hoch. Ja, ich war die Rampe schon komplett hoch, aber ich fall hier immer durch so ein Dach durch. Yeah, Panay, Panay. Und jetzt komplett hoch. Warte. Ich hab das mit Gefehlungen. Mit Turbo. Mit Turbo fliegst du weit? Nein. Du bist gestoppt. Das ist ja unfassbar. Du bist doch gestoppt worden. Hallo. Du bist gestoppt. Hä? Warum ist hier ein Anhögen? Was soll denn alles in der Hand? Lass dich von dem Bubsen. Ja, das will ich ja. Richtig weggepümpelt. Boah. Der Erik wurde richtig ausgestanzt. Richtig gut. Ausgestanzt? Was? Ausgestanzt wurde sie gerade. Das ist ein bisschen abartig. Oh, oh, oh. Nee, das war ganz angenehm. Und... Juhu. Hä? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Waaaaaah. Boah, Pan. Hey, Erik. Moin, Tobi. Hey, Pan, voll gecheatet, Alter. Was ist das hier? Oh, nein, wieso bin ich hier wieder? Das ist mal so knapp. Ey, Pan. Hey, 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 Pan. Was haben wir hier? Gronkh. Gronkh. Ich bin einfach durch die Wand gerollt hier. Ja, das passiert manchmal, Erik. Das ist ein magisches Haus. Und wieso muss ich jetzt wieder von hier unten starten, obwohl ich schon... Weil du scheiße bist. Da ist eine Wand und der klatscht nicht gegen. Wie soll man denn so bitte... Fick dieses Spiel. So, jetzt Zielscheibe. Ja, lecker. Ich war schon oben und musste das oben anfangen. Das war die Zielscheibe. Ja, aber nicht so hart. So, jawoll. Man möchte nur die Totspur nehmen. Was soll das denn heißen, Pan? Du setzt voll pervers, Pan. Nein, meine Nase. Boah, Tobi, das war so geil. Tobi, geiler Schlag. Geiler Stoß. Nein, nein. Schöner Ball. Super. Sehr spannend. Oh Gott. Hi. Ich will mal was probieren. Ich probier mal was. Was denn? Schade. Ich dachte vielleicht kann man auf die untere. Oh. Okay. Guck mal, da ist ne Tastatur. Das ist ja der Wahnsinn. Hä? Das war doch immer richtig. Beiler Tobi, du bist so ein Cheater-Wichser, ne? Hä? Warum? Weil du ein Cheater-Wichser bist. Ich bin im Loch drin, ne? Im Loch drin, ne? Oh Gott. Wie immer merkt man nix davon. Au. weeeee. Ah! Und auf. Ach das ist doch nicht dein Ernst! Tobi Ach N hoe Wow Pan du bist echt gut gerade, ey krass ey Pan Ist los hier heute Nein wie hat der jetzt nicht geschossen?! Ciao, jo, kein Problem Achtung, warte 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 Alles gut Alles gut, dejte不好 Das Gritur Da ist gut Erik Er schafft es, er schafft es, er schafft es, Erik du bist ein Hammer-Tüb! Das ist einfach Wahnsinn, was er hier raushaut und tschüss! Tschüss! Nein! Ich bin natürlich genau in der Ecke, die nicht nach unten geht! Ernsthaft? Moin! Hey Tobi! Oh Gott! Good Lord! Good Lord, what happened? What is this? Oh man, what's going on here? I said, hey! Nein, warum sind wir denn? Ich komme in eine Lücke reingeflogen oder was? Diese nächste Lücke! Nein, ich bin aus dem Loch rausgefallen! Wie geht das denn? What? Wer abrutscht, darf nochmal! Hey Tobi! Das ist doch nicht wahr, ja Boogie, Alter! Ey, Boogie! Super, Curry! I make the Boogie! Boah, Pan! Boah, Pan, Alter! Ja, toll, ne? Richtig Boogie, Alter! Pan, Alter! Hammerschlag! Pro-Gamer, ja! Nice! Mit Jumpen wäre man jetzt schon im Loch? Ja, ne? Ich vermisse auch ein bisschen was springen! Ihr müsst Skill beweisen hier, Leute! Hier geht's um Ernstigkeit, ja? Ja, hallo? Ist ja widerlich! Ernstigkeit! Hallo, als innovativer Influencer muss man auch mal Wörter erfinden, ja? Ja, das machst du euch immer alles! Die waren schon immer da! Es hat sich nur noch niemand ausgesprochen! Du musst immer sagen, das kritisiert das bla! Das habe ich jetzt nicht so verstanden, Pan! Ja, ich... Warum geht's ja? Achso, ja geil, Alter! Du musst immer, du musst immer total unnötig tolle Wörter einbauen! Achso! Und dann, und dann halt noch so'n, ähm, diesen Smiley mit dem Monopel! Ah! Hey, Pan! Hey, danke, Pan! Geil! Hey, Tobi, was geht ab? Nein! Da, rückwärts gegangen! Hast du gesehen? Wir haben Moonwalk gemacht! Moonwalk! Nein! Äh... Heiße, Alter! Heckeri! Der Tobi ist wieder ganz weit vorne, weißt du? Warte mal, das geht doch! Wie der Tobi wieder geübt hat, alter! Widerlicher Typ! Das geht doch bestimmt, oder? Nein! Ähm... Hä? Ich glaub, das ist nicht der Sinn der Sache, oder? Nein! Ah! Oh! Hey, Pan, bist du doch eingeflogen? Hä? Ja! Hey, Pan, was bist denn du für ne scheiß Golfballsau? Ja, ich bin ne Golfballsau, ey! Hey, du bist ein Arschloch! Hey, was? Ich hab dir voll nach unten geholfen! Hey, du hast mich nicht mal getroffen! Ich wollte aber! Alter! Ja! Ja! Rein! Lull! Lull! Oh! Oh! Leben auf der Kippe, Curry! Leben auf der Kippe! Müllkippe! Karma! Okay, nice! Letztes Loch! Wie viele Löcher hatten das Ding noch? Ihr solltet nicht zu weit springen! Oh! Hä? Oh Gott! Ui! Moin! Uuuu! Synchron, ey! Hey, Erik! Geh mal weg, Erik! Geh weg! Leck mich doch am Arsch! Erik, schlag mal bitte! Ja, ne! Hä? Mann! Das ist ja ein riesiges Bett! Ja, geil, ne? Geil, oder? Ja, nice! Gefällt mir gut! Man riecht's für mich! Hey, Curry! Entschuldigung, wenn ich mal ein bisschen anbewusst bin! Hey, Papa, es geht ab! Hallo! So, hat Tobi schon wieder die Map zehnmal durchgespielt, oder was? Du hältst jetzt deine Schnauze! Warte! Curry, ab jetzt! Ich kann grad nicht schlagen, irgendwie, weiß ich nicht, wieso nicht! Hä? Das geht nicht! Curry! Hau ab da! Ähm, ich weiß zwar nicht wohin jetzt! Was machst du denn da, Curry? Warum? Warum? Hä? Hey, Tobi ist da unten beim Schiff, der wird mir geben, was hier auf sie ist jetzt! Hä? Hä? Hätte ich auch mal wieder Bock drauf, das Tier zu finden! Hä? Hä, das ist ja ein schwarzer Pimmel, Alter! Krass! Ich weiß nicht! Hey! Gern geschehen! Gern geschehen! Achso! Ich dachte, ich hab dich jetzt rüber geditzt! Oh mein Gott, lol! Alter, eigentlich nicht so schön! Seht ihr die Lampe da oben? Ja? Ich bin gerade genau auf der Lampe oben drauf gelandet! Äh, oh! Ich komm da halt auch nicht rüber! Aber ist das zielführend? Nein! Ich komm da auch nicht rüber! Nein! Aber ich schaff's da hoch, aber da hinten hin nicht, weißt du? Okay! Ah, Mann! In die Baumstämme, Leute! In die Baumstämme! Ah, fuck! Das ist zu weit! In die Baumstämme! Das ist die wahre Erfüllung! Von unserem Level hier! Wir müssen die Erleuchtung des Wolfsballes sehen und fühlen! Du bist auch so eine Seele, ey! Hallo! Fühle, fühle! 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 Und jetzt! Mit Konzentration! Äh! Geil! Ich bin sehr bescheuert! Ich bin sehr bescheuert! Geil Curry! Dank dir bin ich jetzt doch nicht letzter! Ich glaub Curry ist übermüdet! Was ist denn mit dir los Curry, ey? Ich glaub Curry ist übermüdet gerade! Okay Curry, jetzt aber! Mann! Ich konzentriere mich so krass gerade! Ich konzentriere mich so krass! Ich konzentriere mich so krass! Oh die Zeit abgelaufen! Oh! Oh! Ups! Oh ich hab Kacke! Die Pan! Pan! Super! Super! Krass Pan! Nice! Pan oder Pan oder Pan oder Pan! Hat die Pan schon abgezogen! Hat einen guten Lauf heute die Pan! Also du sollte öfter mal durchschlafen! Also vor allem zuerst, weißt du zuerst bei Half Dead uns alle abgezogen, jetzt hier auch noch! Wann ist mit der Pan los? Hat einen guten Lauf! Versteh ich nicht! Wir sollten die Pan vielleicht ausschließen in Zukunft! Finde ich auch! Hey! Hey! Erik! Kevin! Falls die fragen sollte ne! Wir haben kein Udo installiert! Udo! Udo! Und wir haben kein Uno installiert ja! Ne das hab ich auch verkauft wieder! Das hab ich zurückgegeben! Ne das geht kein Paar an! Das haben die abgesetzt! Das kann man nicht mehr spielen! Ne das haben die rausgenommen! Das haben die jetzt durch durchschliegen Uno! Das hört sich an wie das was der Dennis und ich damals bei meiner Schwester gesagt haben! Weil die wollte ins Internet! Wir mussten uns alle im PC teilen! Dann kam der eine und gesagt ich bin jetzt dran! Und dann haben wir gesagt! Tut mir leid! Aber au ey! Er hatte grad Pause! Und dann! Okay! Oh! 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 Das ist in der Nacht! Diese Lache! Da waren wir doch alle klein! Das ist doch voll lustig! Okay! Letzten Monat! Schnell! Gibt's nicht so was wie Spiel des Wissens oder sowas? Auch mal Multiplayer? Nein! Sowas spielen wir nicht! Hey! Warum ist voll toll? Also ich wär da voll dabei! Hätt ich voll Bock drauf! Ich würde nix wissen! Ist das so mit Quiz? Also Quiz wär schon geil eigentlich! Oder Wo liegt was oder so! Das wär doch geil! Ja mann! So dieses Radenhals! Das kann ich gar nicht! Geografie! Let's go! Ist doch egal! Wir können doch eh nie das was wir spielen oder? Das macht's doch so was! Das stimmt! Das ist doch unser Geheimnis! Was ist denn wie ein Spiel des Wissens? Aber Spiel des Wissens gibt's doch glaube ich oder? Echt? Als Multiplayer? So Multiplayer mäßig? Das wär natürlich geil! Wir gucken jetzt gleich mal! Wir machen jetzt erst mal hier Folgeende und dann sehen wir uns gleich bei was auch immer wir spielen dann! Alles klar! Ciao! Kuss auf die Eichel macht's gut! Tschüss! Wir werden nie wieder Uno spielen! Tschüss! Uno ist scheiße! Bahn ist auch scheiße! Tschüss! Tschüss!